Bei der Armee schreitet ein Oberst die Reihen der Neulinge ab. Bei einem Neuling bleibt er stehen und sagt, ah, dit ist ja interessant, auch einer mit Holzauge dabei. Darauf der Neuling, nee, Herr Oberst, das ist ein Glasauge. Ah ja, dit stimmt, ja, Sie müssen ja auch irgendwo durchkicken können.